Mr. Chan, vielen Dank für dein Haus. Good boy. Tür ist offen. So, zack. Für Notfälle. Good boy. Ach, zum Glück. Agrippa. Mayer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Mayer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich muss ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl. Aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Mayer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten. Indem ich ihnen ein Tonikum aus Lähmungsmitteln, Lebensessenz und Tamta verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarum scheint für diese Sorte furchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequillten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um die es sich richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, dass es bei der nächsten Folter zu gewinnen ist. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben dieser Worte mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist ein Bestandteil des Sekrets des wasserbeworbenen Kern. Ich muss mit Vaya darüber sprechen. Er muss mir den Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Aha! Wollen dich ja nicht schätzen, ne? Irgendwann geht's auf. Oh, voll. Bei Hofe wirft man sich in Orden des schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen hinzu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einem bemerkt und sie senken schweigend den Kopf, bis sie sich wieder ihren Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter angenommen haben und auch sie werden älter und dahin scheiden. Während ich dasselbe bleibe, nicht nur die Zeit gealtert, sondern auch durchquallen. Irgendwie machst du aus dem Horrorspiel ein Kinderspiel. Oh, echt? Wie soll ich, ähm... Okay, Optimismus und ein hoffnungsloses Gefühl, haben wir gemerkt. Endlich ist die Tür auf. Ähm, ein Kinderspiel? Meinst du, ein Kinderspiel so, also so easy? Oder was? Also ich finde, das ist alles andere als easy. Kinderspiel. Ist ja auch ein Rätsel-Spaß mit Pfirsich. Alter, Raumeingang. Wer warst du da oben gar nicht? Gingst du da oben gar nicht zum Altarraum? Ich wollte vor elf Minuten schon aufhören. So viel zum Thema. Nachdem die Männer den Gefangene im Fessel hatten, konnten, konnte das Ritual beginnen. Boah, das ist echt so übel. Der ist doch krank. Das ist krank. Krank, krank, krank. Fertil, hi. Das ist wirklich krank. Mach es. Mach es. Mach es. Er ist ein Verkauf, Daniel. Er ist schädlich. Ein Schmerziger. Er ist schädlich. Er ist schädlich. Er ist schädlich. Du musst mich lassen. Ich muss mich konzentrieren. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines, paint the man, cut the lines. Please, the man cries. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the all? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Echt jetzt? Oh. Ich kann überhaupt nichts machen sonst. Prizel, hi! Weg schon, ja, ja. Weg schon, ja. Oh, ich glaube, ich habe hier mehr. Warum? Zum Glück ist es nur ein Spiel, ich sag's euch. Was? Äh. Waren die vorher schon da? Zeig bloß, die müssen wir schneiden. Hundertprozentig, oder? Müssen wir ein Messer nehmen? Kann es sein? Nein! Ich glaub, jetzt nix mehr spiel ich ein Point-in-Click-Spiel. Und hier auch, guck an. Die sind schon tot, dann ist nicht so schlimm, oder? Oder? Menschenfleisch ist hier es. Echt? Wo war es denn das? Pichivik, zu entspannen! Veräppeln sie mich nicht. Herr Preze. Achso, hier war ich doch schon. Wenn ich jetzt in die falsche Richtung laufen kann. Natürlich. Natürlich! Okay, eine Fehlstunde machen wir noch, aber dann ist wirklich Schluss. Dann gucken wir mal. So. Hä? Achso, jetzt wollte ich gerade sagen, sind sie wieder weg, oder was? Ne, der eine ist noch da. Und da kommt der andere auch schon wieder. Danke. Altarum, Haupthalle. Danke für die schönen Urlaubsvideos auf deinem YouTube- Oh! Das freut mich jetzt aber sehr, muss ich sagen. Es werden auch noch ein paar kommen. Und immer, wenn ich mal unterwegs bin. what are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours. But now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. Oh, jetzt war ich voll konzentriert auf den Texten und alles. Sie sind nah. Aber danke! Ich freue mich total, dass sie vielleicht so halbwegs gut auch noch ankommen. Ne, das freut mich wirklich sehr. Und wie gesagt, es kommen noch einige. Ein paar. Zwei auf jeden Fall jetzt dann noch in der nächsten Zeit und dann muss ich mal wieder wegfahren. Aber es lässt sich auch vielleicht irgendwann mal wieder einrichten. Jetzt geh ich mal in die andere Richtung. Ich glaube, es wird schlimmer, oder? Kann es sein? Eigentlich ist das eine blöde Frage, weil, ja, ich weiß es ja. Oh mein Gott! Das ist echt blöd. Ich verreiße die Maus, das wird total... Geil! Hm. Hatte ich nicht gesagt, ich wollte aufhören? Der Felscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen geworden, aber es trang noch ein schwarzes Lichtschein ins Innere. Unzählige, einzelne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für den Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlieb vor Schmerzen. Fiel sein Kopf leicht nach vorne. Es dauert eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben seine Augen aufgeschmissen hatte und ihn ausließ. Leute! Du brauchst dein Dodo? Ja. Sehr schön. Aber es sind viele, die... Wir gehen auch mal rein, oder? Nein. Es sind viele, die meinen, ich soll es mir als Vlog-mäßig so machen. Ein bisschen was sagen, aber ich muss mal gucken, wie ich das so hin... Ach, naja. Irgendwann muss ja ein bisschen Grusel aufkommen. Wir haben heute den ersten Schrein, den ich erst von Pietschen gehört habe. Kükchen, du hast mich schon öfters schreien gehört. Wir haben schon öfters arg gespielt. Ein Stück der Kugel! Yay! Wir haben ein Stück der Kugel. Das ist die einzelne Jungfrau. Frühgas. Jetzt sollen wir mal wieder zumachen hier. Komm. Oh! Boah! Okay, den ersten haben wir. Die Dinger sind echt ekelhaft. Alle Geräte überhitzen. Au. Deshalb habe ich als Mod eine Klimaanlage. hier. Ich muss echt schauen, dass da kein... ... ... ...